Was? Hydro Stasis? Ah, laut! Nee, geht aber gar nicht hier. Drecken wir mal hier auf Haussee. Was haben wir denn hier? Pumpe Revoire Machine Gun? Nee, aber Pumpe ist schon ganz gut. Ah, es gibt gar keine Klassen. Das gibt Klassen. Jesus Christ. Ja, die läuft glaube ich für den Anfang nur auf Waffen hinaus, was man als Waffen nennt. Seafoam-Anschlag klingt immer super langweilig. Wie, äh, hier, äh, da ist ein Glasen-Party oder so. Yeah, Seafoam! Für alle! Ich würde einen Minen-Lager oder einen Sentry Gun nehmen. Ja, ich finde es aber praktisch, dass man, äh, die Einstellung ändern kann, während man nen Audio-Test anhört. Ja, ne? Keymapping, blaaa... Bio-Tracker, Enemy Direction, Enemy Tagging. Ich nehm mal den, den Bio-Tracker, dann kann ich den Spotter spielen. Willst du Bio-Tracker? Möchtest du nicht dem, dem YouTuber hier überlassen? Test! Test! Was? Wollste! Zerstressart! Ähm! Was ist das denn? Ist das immer dieselbe Nahkampfwaffe, oder wie? Nee, Sledgehammer, Maul, Maul, Gaul, das sind alles Hammer! Sieht hübsch aus, die Web. Das ist ja eine Auswahl hier. Aber es ist alles Silent und Close Range. Und Charter-Beteck. Und Charter-Beteck, genau. Also das sich für eine Optik entscheidet. Schade, keine Axt. Bin ich jetzt in deiner Lobby drin? Nope. Hier kommt noch einmal Einladung. Spiel starten. Ja, ja, ah! Oh! Da bin ich ja. So, Shimona ist auch da. Äh... Ihr müsst euch natürlich die besten Waffen raussuchen, ne? Assault-Rifle. Ja, komm, nehmen wir die. Nehmen wir den. Seafoam-Launcher. Das ist Partywaffe. Partywaffe? Ja. Okay. Die Revolver meinst du? Nehmen wir doch die Sentry Gun, oder? Das ist auch eine Partywaffe. Eine andere Art von Party. Nehmen wir mal Ben als Hammer mit. Maul. Maul. Mit Maul. Maul! Okay, ähm... C1, ja. Welcher dieser Knöpfe ist, starten? Ja, und ready for Cage Drop. Oder? Ne, ich kann da nicht... Achso, ne. Bleiben wir zu dritt? Ready machen. Oder so. Alles klar. Äh, ja, der vierte meldet sich nicht. Schade. Dann machen wir uns erstmal zu dritt. Holy shit! Ah! Es geht schon los. Fingern! Da sind meine Hände. Oh, seid ihr das? Was ist denn die Story hier überhaupt? Äh, wir sind Gefangener, die halt in diese Anlage reingeschickt werden, um zu sterben. Ende. Ah ja, sowas wie ein Gulag. Genau. Hallo! Oh, bist du hässlich! Nein! Nimm die Maske ab! Nein, ich hab Angst! Ah! Fällt euch das in VR vor? Ja, Mann, voll geil. Lass mal, äh, alle VR-Brillen holen. Ich hab, glaub ich... Also, ich hab eine, äh, in, in Aussicht. In welchen denn? Ja, so ne Standard hier, diese, ich glaub so ne Asus-Live-VR, so diese... Guck mal nochmal nach hinten. Oder nach oben. Hahaha! Du bist... Du verschwindest in dem... In deinem, äh... Kaschen. Das ist memory vom Kopfkissen. Oh, nice. Ja, vor allem, wenn du den hier machst, ne? Und deine Maus auf Maximum stellst. Oh, guck mal, wir sind da. Geht aber noch weiter runter. Vielleicht sollte ich das, äh, Licht in meinem Zimmer ausmachen. Und mir einen neuen Monitor kaufen. Ist das richtig, Timmy? Ah, nice. Ist das Maul? Hallo, Ben! Ähm, Alpha-1 ist übrigens der 1. Was? Äh... Alpha-1 ist der 1. Okay, Milli ist, äh, silent. Warte, ist das jetzt schon ein Schießding? No moving targets. Ach so, ist das... Ist das auch gleich eine Waffe oder kann man nur... Ja, By-Tracker? Nein, das ist nur ein By-Tracker. Äh... Okay, rechte Maus, das ist... Leute zurückschneudern. Äh, weiter mal, gibt es Schnellwechsel von Waffen? Es gibt den Map auch. Es gibt den Map auch. Ja, du kannst, äh... Mit dem Maus, Mausrad... Oh, cool. Äh, mach mal die... Tab die Karte auf, bitte. Ihr könnt malen. Oh, geil. Ah, ja. Na, was malen wir denn da? Oh... So, können wir irgendwas aufheben oder so? Fantastisch. Oh, wie niedlich! Nimm mal den Axt und mach den Nahkampf. Also, keinen normalen Angriff, sondern Nahkampf. Nahkampf? Ach so. Was ist denn der Nahkampf? Äh, C. C. Ja, C oder... Das stimmt. C. C oder... Das ist so... Warum schwebst du denn? Dein Charakter bewegt sich nicht. Ne? Ne, von Shimona. Ach, keine Ahnung. Dein Charakter ist in der Animation festge... Dein Kopf bewegt sich noch, aber du schwebst da einfach rum. Ne, ne. Geil. Ah! Okay. Oh, hier ist einer. Oh, lebt noch? Wieso lebt der noch? Ohne Kopf hat er nicht mehr zu leben. Okay. Habt ihr schon losgedehnt? Gibt es friendly fire? Ne. Also, ich konnte euch gerade nicht mit dem Hammer... Äh, was? Doch, es gibt friendly fire. Okay. Es gibt friendly fire. Really? Ähm, ich glaube man sollte erstmal mit dem By-Tracker durchgucken. Okay. Äh... Also... No moving targets found. Aber da sind... Da sind vier, fünf, sechs Stück... Alter, die Taschlampe benutzt der mal gar nicht. Entweder siehst du nur schwarze oder nur weiß. Amazing. Ja. Kann man vielleicht auch einstellen? Gibt es Permadeath oder... So wie bei... Das erinnert mich hier gerade ein bisschen an... Äh... Let it die. Let it die? Ja, und Destiny. So ein bisschen... Von... Von der Farbgebung... Ah, guck mal da ist einer! Hallo! Tot! Help! Help! Warum... Mach die den Naruto ran? Also das... Das Rennen ist ja mal lächerlich. Ist das was lächerlich? Das Rennen. Das ist so... So langsam gehen und etwas weniger langsam gehen. Ja, ne? Und das... Die Taschenlampe... Was? Laufen die? Der läuft aus meinem Arsch. Was macht der für Geräusche? Mein Gott. Äh... Ja, ha, ha, ha! Hihi! Tihi! Da... Da ist noch einer! Oh, ich kann das hacken! Toll! Jesus! Stirb doch einfach! What? Hm... Jetzt werden später mehr Gegner. Ich denke, dass wir... Ah, jetzt ist es auf! Ist das die Missionsanzeige? Okay. Scheinbar. Äh... Warte, warte! Oh! Okay! Ah! Dann bewegt die Karte mit! Use Ammo Pack! Okay! Ah, okay! Gut! So! Warte, warte! So! Warte! So! So! Ammo! 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 Es sah gerade so aus, als hätte so eine Minna in meinen Arsch geklebt! Haha! Ja, hab ich auch! Jetzt geh... Dein Arsch mir! Ich wollte aber gerne das Licht irgendwie anfassen! Und vielleicht die dunkle ein bisschen erhören! Aber... Was sagen die? Let them snooze! Sollen wir an den vorbeischleichen? Ist das ein Schleich-Shooter? Ja! Ach! Der hat eine Zunge! Die sieht man überhaupt nicht! Ja! Ist ein Schleich-Shooter! Naruto! Alter! Alter! Die waren in der Autoran! Ups! Ich bin untergefallen! Ich bin echt tot! Und die haben Windeln! Man hat regeneriert tatsächlich ein bisschen abhören! Oh oh! Oh oh! Und wir sollen... Wir haben... Die laufen tatsächlich sehr... Wir haben die Autoran! Wir haben nicht besonders viel Ammo, ne? Ich habe nicht besonders viel Leben! Dich! Ähm... Ist das hier? Ähm... Ist das hier? Es sieht alles irgendwie anpassbar aus, aber... Ist nicht... Ähm... Sie sind wir gerade hergekommen? Ja! Da sind wir hergekommen! Und es eine Minimap! Top! Bin ich hier überhaupt? Oh, hallo, hallo! Ok, dann können wir nur noch hier hingehen, so... Da mache ich mal... Nutzst du deinen Buyscheck überhaupt, oder? Nutzst du dein Hirn überhaupt? Wir laufen rum und treffen auf den Gegner halt, ne? Ah, Antisicus can't progress. Ah, okay, wir müssen alle hier stehen bleiben anscheinend. Area wechsel. Ich denke, das wird direkt weitergehen. Da hinten, dahinter sind zwei nebeneinander und links ist noch einer. Ja, wollen wir hier jetzt schleichen oder? Ja, wir suchen zu spät. Man darf sie nicht bewegen während die... Oh, komm mal zurück bitte. Während die was? Wie funktionieren diese Minen? Gehen wir aus dem Weg. Fuck, he's down. Was? Fing in the fuck. Oh, ein größerer Gegner. Wieso ist das denn? Das ging ja schnell gerade. Hm. Experimentation fail. Was ist passiert? Was ist denn hier los? Wie bin ich hierher gekommen? Was ist passiert? Gehe, die Kinder, die da hin.